Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und es geht weiter mit meinen Weihnachtstipps. Was kann man verschenken? Und zwar in dem Bereich, wo es schon etwas teurer wird, wo es nicht mehr ein Mitbringsel ist, sondern wo man definitiv das als Hauptwunsch vielleicht dann äußert als Kind, wo man vielleicht dann auch mal mit Geburtstag zusammen was legt, wie auch immer das in jedem Haushalt gestaltet ist, also wo man bestimmt mehr Geld ausgeben kann. Dass man nicht ganz so viel ausgeben muss, wie es Lego vielleicht auf die unverbindliche Preisempfehlung geschrieben hat, das hatte ich ja in der generellen Folge schon erzählt. Man sollte Preise vergleichen, gerade in dem, was ich hier im größten Teil zeige, weil das sind Sets, die gibt es eigentlich überall und damit auch mit entsprechenden Rabatten. Diese Sets, die ich heute zeige, das ist der Bereich zwischen 30 Euro und so 120, 130. Der High-Price-Bereich, den werde ich dann nochmal getrennt zeigen. So, und nun geht's los mit den Weihnachtstipps. Viel Spaß! Dann starten wir mal mit zwei Geschenketipps, die sich, glaube ich, eher an ältere, wenn nicht sogar Erwachsene richten werden. Das sind nämlich zwei Ideas-Sets. Eins davon, was ich persönlich sehr hübsch finde, ist das Ship in the Bottle, also sprich das Flaschenschiff, das wir hier sehen. Es besteht aus 962 Teilen, kostet Original 69,99 in der Ideas-Serie. Es gab eine ganze Menge Diskussionen darum, was insbesondere deswegen passiert ist, weil das Ursprungsmodell, das Ideas ja, das heißt, da hat ein Fan-Designer das eigentlich entworfen und dann haben nochmal die Lego-Designer drüber gearbeitet, das Ursprungsmodell deutlich anders aussah. Das Schiff insbesondere deutlich interessanter, dafür war die Flasche nicht ganz so, wie sie eben jetzt aussieht, also filigraner und insbesondere Fuß hat deutlich gewonnen. Aber deswegen ist dieses Set für einige auch das Flop, die Flop des Jahres. Ich finde es trotzdem ein sehr schönes Set und insbesondere, wenn man auch den Korken vorne sieht, ist das, glaube ich, etwas, was man ganz gut mal haben kann und ja, hier sieht man allerdings auch, das Schiff, das ist entwicklungsfähig, aber da kann man natürlich dann auch kreativ werden. Und wenn man sowas schon verschenkt, warum nicht dann auch ein paar Steine noch, um sich sein eigenes Schiff oder Raumschiff oder was auch immer dann da reinzubauen. Das zweite coole Set aus der Idearserie in diesem Jahr war das Pop-Up-Buch. Da fällt mir wenig ein, was man da kritisieren könnte. 859 Teile für, auch in diesem Fall 69, 99. Höchstens kann man dann kritisieren, wenn man Pop-Up-Bücher einfach nicht mag. Aber ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier veröffentliche, mein Review davon auch schon online ist. Auf jeden Fall sieht man da wunderbar, wie dieses Buch wirklich, wenn man zusammenklappt, klasse zusammenklappt. Und das gilt für beide Märchen, die dabei sind. Nämlich einmal dies hier, Hans und die Bohnenranke. Da sehen wir oben den Riesen und hier unten dann auch Hans als Kleinen. Und dann haben wir noch, das sehen wir hier, wo es gerade mal so ein bisschen anfängt, zusammengeklappt zu werden, dann noch Rotkäppchen und insbesondere coole Minifiguren. Man beachte nur den Wolf im Großmutter-Outfit. Leicht zerlegt und wenn man zusammenklappt, ist es auch noch ein richtig schönes Buch mit, das sind keine Aufkleber, sondern alles bedruckt, was da drauf ist. Ein richtig klasse Set. Ja, dann haben wir ein weiteres klasse Set. Eher, ja, wieder ein bisschen für Jüngere, aber auch für Ältere, die sich die große Achterbahn nicht leisten wollen und können oder sagen, ich habe gar nicht den Platz. Dann kann man nämlich die kleine Achterbahn, die der großen, zumindest was die Fantasie angeht, nicht nur nicht nachsteht, sondern sogar noch einiges cooler ist. Es rollt zwar nicht so schön, es ist nicht motorisiert, aber dafür hat man wirklich eine echte Piratenachterbahn mit allem, was so eine Piratenachterbahn braucht. Zum Beispiel mit einem Schiffchen dort, einem Totenkopf und so weiter und so fort. Das Ganze hat 923 Teile für 79,99 und auch die beiden zusätzlichen Modelle, die man daraus bauen kann, haben durchaus ihren Reiz. Also es gibt durchaus Hardcore-Freizeitparkliebhaber, die dieses Set gleich dreimal gekauft haben, um sich die beiden anderen Modelle auch zu kaufen. Da bleiben allerdings beides mal relativ viele Steine übrig. Also man wird wahrscheinlich dann doch im Zweifel bei dieser Achterbahn landen. Wie gesagt, leider nicht motorisiert, aber mit, wenn man hier unten längs fährt, da sieht man es sogar, ja, quasi Wasser in Lego-Form, das dann hoch, naja, platscht, kann man nicht sagen, sondern hochdreht. Da sehen wir noch mal die anderen Modelle, die man daraus bauen kann. Dann soll Friends natürlich auch zu seinem Recht kommen. Ein Set schon aus dem letzten Jahr, aber zum Spielen, glaube ich, für Mädchen wirklich gut geeignet. 585 Teile für knapp 60 Euro. Natürlich, das normale Set ist im Angebot oft 20, 30 Prozent billiger. Und das ist dies hier nämlich der große Skilift. Und da ist das Besondere, dass nicht nur hier eine Rampe ist, wo man mit dem Snowboard runter kann. Passend auch zur Winterzeit natürlich ein schönes Set. In der City-Serie haben wir nicht so richtig, was in diese Richtung geht. Das bedauere ich sehr. Also da haben wir zwar Arktik, was ein bisschen frostig ist, aber so was hier, was eigentlich so lebensechter ist, vermisse ich da. Also irgendwie so ein richtiges Skifahr-Set wie hier mit dem Lift. Naja, gut, da muss man sich eben mit den Friends-Farben abfinden und hat trotzdem vielleicht dann seinen Spaß. Also der Lift geht. Da kann man drehen und dann zieht er einen hoch. Es war, ja, dauert ein bisschen, weil da nur eine Person geliftet werden kann, aber immerhin. Und das zweite coole Set aus diesem Jahr, das ist Hard Lake City Resort. Das ist dieses Set hier. Besteht aus 1017 Teilen für knapp 100 Euro. Ich erwähne es jetzt noch einmal mit dem Rabatt. Und ja, das Schöne ist, dass, deswegen hat mich dieses Set auch gekriegt, deswegen habe ich es mir auch gekauft, dass es nämlich die Schienen hat von der Achterbahn. Die fährt zwar eher mehr oder weniger ebenerdig hier rum, diese Bahn, aber immerhin Achterbahnschienen. Hier geht so virtuelles Wasser runter. Wir haben hier Paragliding. Also viel zum Spielen für Mädchen. Nix zum Hinstellen. Nix, wo dann der Besuch sagt, boah, cool, was du da hast. Das will ich auch. Aber für Kinder, glaube ich, schon, soweit ich es nicht richtig selber beurteilen kann, aber so aus dem, was ich so von anderen gehört habe, ein schönes Spielset wirklich, weil es auch viele Details hat. Minifiguren, hier surfen und so weiter. Nix mit Winter, aber macht Lust vielleicht dann auch auf den Sommer. So, dann kommen wir eher vielleicht zu den Sachen, die die Jungs ein bisschen mehr interessieren. Da haben wir hier die Expedition in den Dschungel. Ja, ein Set. Es ist okay. Also 813 Teile für auch knapp 100 Euro. Da merkt man schon bei Friends, hat man da mehr gekriegt. Aber dafür hat man hier so ein abgestürztes Flugzeug. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Und auch ein paar Tierchen hier und viele Minifiguren. Es sind viele Kleinigkeiten da drin, inklusive auch dieser fleischfressenden Pflanze, die wir hier haben. Ein Hubschrauber. Also auch zum Spielen. Sehr gut geeignet, aber auch relativ teuer dafür, finde ich. Und nicht jeder ist vielleicht Dschungelfan, aber wenn man denn das Dschungelcamp schon mal vorspielen will, dann kann man es hier machen. Da fällt auch mal ein Stein runter. Hier kann man Schatz suchen. Also ich sage ja, so für Rollenspiele ist das, glaube ich, ganz nett geeignet. Und die fleischfressende Pflanze, die ist, glaube ich, auch für Erwachsene nett. Dann gibt es die meines Erachtens bisher zurzeit interessanteste Polizei. Muss mal gucken, 2019 kommt ja dann die Air-Polizei, wie das dann im Original aussieht. Das ist zumindest nicht nur so ein Kastenlook. Deswegen finde ich diese Mountain Police eigentlich ganz nett mit ihrem Headquarter. 663 Teile für knapp 80 Euro. Auch eine ganze Reihe Minifiguren. Insbesondere auch dieser Netz-Shooter, den man dann dazu nutzen kann, um diesen kleinen Kerl hier, das ist ein Böse, der sich da nämlich im Baumstamm versteckt, dann zu fangen. Und ja, eine nette Polizeistation, die so ein bisschen diesen Holzlook hat. Und ich sage ja eben nicht diesen Containerlook. Und man kann sogar diesen hier, diesen kleinen Tiger, da habe ich beinahe gesagt, einen Puma oder hier Bergpuma dann da aus seiner Höhle rausdrücken. Ich verweise da auf das Review, was ich habe. Und natürlich, wie es bei Polizeisets ist Hubschrauber. Hier sogar gleich zwei davon, die wir dann dabei haben. Da ist der Böse, der sogar in der Videoüberwachung natürlich dann mittendrin steckt. Und der Mann im, ja, in seinem Baustamm. Ein Set, was ich auch nochmal vorstelle, steht auch schon bei mir gebaut. Mein Sohn hatte schon seinen Spaß dran, es zu zerlegen. Ist dies hier kaum eigentlich richtig beachtet, habe ich das Gefühl. Aber zum Spielen auch sehr cool. Weil man nämlich wirklich mit diesem großen, und das Ding ist wirklich relativ groß, großen Gefährt hier, diese Goldnuckets dann so abdreht. Und sie dann auch wirklich abfallen. Und es gibt noch ein paar andere nette Spielvarianten. Hier ist wirklich so eine Sprengfunktion. Dann auch hier wieder, deswegen hat mich das Set natürlich auch bekommen, Schienen aus der Achterbahn. Es gibt ein Tierchen. Auch da, wie gesagt, zum Spielen ein richtig schönes Set. 883 Teile für knapp 90 Euro. Also das ist eigentlich so mein Highlight in diesem Bereich und kaum beachtet, wie gesagt. Aber hat dadurch, dass es wirklich sehr unterschiedliche Spielvarianten hat, finde ich durchaus seinen Rätts. Vielleicht für Erwachsene, ja, weniger, aber für Kinder. Ab sieben sagen sie ja, ja, die meisten Eltern sagen ja, mein Kind ist natürlich schon früher dran. Das muss man dann ja selber wissen. Ich könnte mir vorstellen, eine Sechs-Serie dürfte da durchaus auch sonst sein. Das ist Spaß dran haben. Dann gucken wir uns mal ein paar Bilderchen davon an. Wie gesagt, die Nuggets kann man da schön abrasieren. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Da haben wir dieses große Gefährt. Man sieht, wirklich relativ groß. Man kann es hier auch vergleichen mit der Minifigur. Genau. Dann auch hier kann man zum Beispiel Nuggets dann runterfallen lassen. Nicht spektakulär, aber nett. Dagegen kommt, finde ich, die Set, was ja so jetzt aus der Arctic-Serie das Top-Set ist, nicht ganz an. 786 Teile für 100 Euro. Ja, hat diesen Rückenkrauler hier für das Mammut. Okay. Und ist eben Arctic. Da sind natürlich einige sehr besonders drauf erpicht. Sind zumindest mal keine Sets, wo man nur Autos und Hubschrauber hat, sondern wirklich hier so einen Kran, so einen großen. Dann auch hier diese kleine Station. Wie gesagt, das Mammut, finde ich. Das finde ich am coolsten. Insklusive dieses Eisblocks und dieses kleinen Teils hier. So klein ist das gar nicht. Diese Säge, die das Ding dann da befreit. Nett. Ja, wie gesagt. Aber kostet auch 100 Euro. Also das finde ich schon relativ happig. Aber man sieht, ein bisschen spielen kann man damit auch. Trotzdem, mein Tipp wäre, wenn man denn nicht unbedingt auf Arctic aus ist, eher dieses Miedenset. Das hier habe ich eher, ja, weil ich es erwähnen wollte, drin. Das ist der Cargo Train. Der fällt eigentlich sowieso preislich aus der Kategorie raus, den ich hier vorstelle. Aber der passt auch nicht in die Kategorie der teuren Sets, weil es ist gefühlt kein teures Set. 1226 Teile für 190 Euro. Völlig zu teuer ein Leder für. Natürlich, es hat Motoren drin. Es hat ja immerhin Powered Up. Das ist ja der Nachfolger von Power Function. Wohl, was bisher, finde ich, nach hinter den Erwartungen deutlich zurückbleibt. Die App weiterhin nicht programmierbar. Da fehlen mir eigentlich noch Dinge. Nichtsdestotrotz, das Nette hier ist, wenn man mal sagt, wir blenden das Geldbetrag unter den Preis mal komplett aus. Ist es schon, ja, für Eisenbahn nett gemacht. Also der Zug fährt gut. Wir haben immerhin eine Weiche. Die zweite wäre schon irgendwie cool gewesen. So hat man natürlich irgendwann nur ein Absteckgleis. Auch schade. Leider hier nicht so Schotter. Das ist nur auf der Grafik hier drauf. Aber immerhin, man hat hier so ein bisschen Geschichte drin mit einer Bank, dem Geldtransporter, der dann ausgeraubt wird hier von den Bösen. Wir haben hier einen Transport auch packfassend zur Arktik-Serie, wo dann hier so ein Skiduder abgetransportiert wird. Also, ja, ist ein bisschen was drin. Und mit Powered Up hofft man ja noch, dass da ein bisschen mehr kommt als nur ein paar Töne, die man mit der App dann noch dazu steuern kann. Aber es ist auch eine Fernbedienung dabei. Also man muss nicht mit der App arbeiten. Selbst ohne Handy geht das gut. Und ja, läuft ansonsten. Also der Mehrwert zu einer alten Bahn ist bisher wenig da. Andererseits ist sie auch nicht viel schlechter. Und man muss nicht mehr Sichtverbindung haben. Das ist vielleicht der so deutlichste Vorteil bei diesen Sets jetzt mit Powered Up, weil es über Bluetooth funktioniert. Die alte Bahn gibt es ja auch nur noch schwer. Das ist sozusagen dann das Problem. Andererseits, die Schienen sind die gleichen. Also da kann man die alten Schienen dann auch gut verwenden. Und kann man natürlich auch dazukaufen. Aber ja, da muss man gucken, dass vielleicht sogar 30 Prozent Mindestensrabatt sind, damit das dann auch wirklich, man sagt, das lohnt sich. Es gibt ja auch noch die Personenzug. Ja, der ist aber nur im Kreis dabei. Und da finde ich den hier, glaube ich, zum Spielen für Kinder und Jugendliche deutlich interessanter, weil da einfach ein bisschen mehr dabei ist, was man auch verwenden und machen kann, als einfach nur mit dem Personenzug im Kreis fahren. Da ist das hier schon deutlich mehr. Man sieht hier, was da erst ja an Zubehör, an Wegelchen, an Hängern und so ist. Da kann man nicht nur Fahrkartenkontrolle spielen. Auch ein Set, das finde ich durchaus, ja, von vielen nicht beachtet wurde. Ich wurde jetzt letztens von jemandem darauf hingewiesen. Mensch, guck dir das doch mal an, Black Friday. Und da habe ich es mir auch gleich bestellt im Angebot und werde es jetzt hier auch noch mal zeigen. Mein Sohn ist schon ganz verrückt nach dem Ding, weil hier ist das coole, man sieht es, hier ist eine Batterie inkludet. Bei diesem Hospital, sprich also dem Krankenhaus, das besteht aus 861 Teilen für 79 79. Da ist hier, wie man es hier unten sieht, so ein Lightbrick in rot, mit rotem Licht, das dann, ja, so gegen drei verschiedene Schablonen gehalten werden kann und dann erscheint tatsächlich so ein Röntgenbild an der Wand. Also das funktioniert erstaunlich gut. Und hat eine nette, viele Kleinigkeiten hierbei, ne? Also die Leute sind tatsächlich ein bisschen verwundet, haben Armbänder, ist ein Baby dabei, ne? Man kann gleich noch Geburt spielen, ein Rollstuhl, ein Skelett. Hier oben ist Untersuchungsraum, natürlich wieder ein Hubschrauber, aber hier unten dann auch, da sieht man eher zum Organtransport, natürlich ein Krankenwagen. Also bisher hatten wir nicht so oft in letzter Zeit Krankenhäuser. Bei Friends gab es einen, aber jetzt eben auch für City und das Ding ist, finde ich, okay. Also ich weiß gar nicht, einige haben es auch wieder als Flop bezeichnet. Ich finde das eigentlich ganz knuffig. Hat leider, das ist, finde ich, der größte Nachteil, wieder diesen Container-Look. Den finde ich eben nicht so schön. Also es ist nichts für Erwachsene. Aber zum Spielen, weil man dann die Dinge einfach abnehmen kann, dann kommt man auch besser hier zum Beispiel an das Röntgengerät. Da kommt man gar nicht so richtig ran, wenn man nicht hier diese Abteilung links davon abnimmt. Zum Spielen ist das natürlich viel besser so geeignet. Mein Sohn hat Spaß und das schon mit zwei Jahren damit. Sollte man nur aufpassen, ist eigentlich nicht dafür gedacht. Dann, das hier ist wieder für alle Generationen gefühlt. Steht bis 14, kann man auch mit 44 auch noch Spaß dran haben. Ich finde es wieder eines der schönsten Sets überhaupt von Lego. Aus dem letzten Jahr zwar noch, vom Lego Ninjago Movie, 2295 Teile für 169,99. Das ist jetzt in dieser Kategorie drin, hab liegt dran. Dass es das Ding natürlich auch schon mit etwas über 100 Euro inzwischen im Angebot gibt. Die Destiny Bounty. Ja, und die sieht einfach cool aus. Ist so eine schöne asiatische Dschunkel. Also mit auch Fendern hier. Und da drin ist viel los. Die Segel sind aufeinander abgestimmt. Ich weiß gar nicht, es schwimmt nicht. Ja, okay. Das kann man vielleicht noch negativ sehen. Es sind eine ganze Menge Minifiguren. Aber ich finde das Ding einfach geil. Also ich finde es wirklich eines der schönsten Sets, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Und für Kinder wie auch Erwachsene glaube ich ein wirklich gutes Ding. Star Wars wollte ich nicht völlig verheimlichen. Da würde ich eher, gerade auch wieder im Angebot, dann hier zu tendieren. Den Imperial TIE Fighter ist so, ja, TIE Fighter gab es schon mehrere in letzter Zeit. Und der hier ist nicht viel besser als die alten, aber auch nicht schlechter. Also für 69,99 ist der eigentlich völlig okay. Deswegen, da finde ich, ja, also kann man haben. Weil es wirklich ein netter TIE Fighter ist. Durch diese großen Flügel. Natürlich kommt es nicht an das UCS-Modell ran, aber ich finde den dafür eigentlich okay. Kann man mit spielen. Star Wars ist dieses Jahr, finde ich, nicht so, da gibt es nicht so viele Highlights. Also in dieser Kategorie. UCS mäßig schon. Y-Wing, da werde ich nochmal drüber reden. Y-Wing. Ich finde, selber finde den Pog auch ganz nett. Aber ich habe ihn jetzt nicht drauf genommen, weil das Ding, glaube ich, doch nicht für jedermann ist. Aber das wäre sowas, was man, wenn man ihn mag, den Pog vielleicht dann auch noch was wäre. Jurassic Park. Dieses Jahr eigentlich eine nette Konstellation. Da gibt es viele nette Sets, finde ich. Für mich das Highlight ist da eigentlich hier dies hier. Nämlich nicht Jurassic World, was hier die anderen Sets sind, sondern ein Jurassic Park Set. Das haben wir hier. Velociraptor Chase. Ja, das besteht aus 360 Teilen. Vier Minifiguren für 50 Euro. Viel Geld ist Lizenz. Gibt es im Angebot. Aber es zeigt eben nochmal eine Szene aus dem ersten Film. Die anderen Sachen sind ja alle die neuen. Also wer eher die klassischen Jurassic Park Filme mag, der wird hier viel wiederentdecken. Die Personen natürlich. Mit Lex, mit Tim, Ellie, Allen. Und dann auch, wo sie sich hier versteckt haben. Wie er dann da, der Velociraptor dann da einbricht. Hier sind die Eier zum Beispiel. Also in Bernstein. Das ist wirklich ein schönes Set, finde ich. Also sowohl, also auch für Ältere, die schon, aber den ersten Film kennen. Also wenn man den ersten Film nicht kannte, macht die Set, glaube ich, keinen Sinn. Aber wenn man das kannte und davon Fan ist, dann macht das definitiv Laune das gute Teil hier. Dann haben wir zu den jetzt fantastischen Tierwesen, dem Film, der inzwischen angelaufen ist, finde ich das Highlight und auch überhaupt dieses Jahr eins meiner Highlights, ist dieser Koffer der magischen Kreaturen. Der Koffer tatsächlich ein Koffer. Also man kann ihn zusammenfalten. Da sieht man es unten rechts. Und ja, die Tiere, das ist vielleicht der Nachteil, die Großen passen da dann nicht rein im Zusammengefalteten. Aber das wäre, glaube ich, auch jetzt wirklich Magie, das hinzubekommen. 694 Teile, vier Minifiguren für 50 Euro. Preislich finde ich auch okay. Also erstaunlich okay für Lizenz. Und der Koffer ist wirklich cool. Also man sieht hier so ein Häuschen, das da drin ist, mit der Leiter nach oben. Und dann zusammengeklappt, sieht es auch nett aus. Auch die Tierchen dabei, wie gesagt, sie passen nur nicht rein. Sogar ein Ei haben wir da. Also das sieht nach was aus. Hier sieht man sogar so ein Verschloss dann da noch an dem Teil dran, wenn man das dann zusammenklappt. Also hier sieht man oben, wie es aus- und abgeklappt wird. Ich verweise dazu dann auf mein Review, was ich ja schon vor einiger Zeit gemacht habe. Harry Potter, auch dieses Jahr eigentlich alle Sets sehr schön. Hogwarts Express finde ich okay. Also habe ich, ja, besser geht es nicht, als den Hogwarts Express zu kaufen, als es den zur Zeit gibt. Aber da bin ich ein bisschen was verschenkt worden, weil keine Schienen dabei und, und, und. Aber will ich nicht lange mehr darüber lamentieren. Ich will ja über die Tipps, was man kaufen kann. Und da würde ich als erstes die ja die große Halle. Also das ist, wenn man nicht jetzt gerade das große Hogwarts Schloss, dass ich ja dann nochmal zu den ganz großen Sets was erzählen will, wenn man nicht das erwählt und erkauft, also dafür ja doch schon einen trächtlichen Betrag herausholt. Über 300, knapp 400 Euro ja. Dann ist das hier eigentlich, finde ich, ein schönes Teil. Die große Halle mit vielen, vielen Minifiguren, vielen Spielmöglichkeiten. Also das Ding ist mit 878 Teilen für knapp 100 Euro. Natürlich relativ teuer, aber wie gesagt Angebote. Die reißen es dann raus. Und man muss ja, wie gesagt, heutzutage ja schon die Minifiguren sehr hoch anrechnen. Da sehen wir die Halle und drin ist natürlich eine Menge los. Zwar nur zwei Stuhl- beziehungsweise Bankreihen. Im Original sind es glaube ich drei, aber auch mit fliegenden Lampen. Hier die Laternen da. Ein paar Räumchen, die zwar etwas sehr eng geworden sind und auch der magische Spiegel. Aber ja, für das, was geht, finde ich schon völlig okay und ein sehr schönes Teil. Und zum Schluss noch, und damit sind wir dann auch durch, noch Sanktum Sanktorum Showdown aus diesem Jahr. Hat man schon fast vergessen, dass es das gab. Ich finde das aber, es ist kein Modulhaus. Nein, es ist deutlich dünner und auch nicht ganz so hoch. Fast so, aber dünner. Aber es hat viele Anspielungen wirklich an Sanktum Sanktorum von Marvel. Also den Avengers Infinity War. Daraus kommt das Ganze ja mit Doctor Strange insbesondere. Dann schön, insbesondere dieses Oben hier, diese Scheibe, diese Runde. Man kann das auf und zu klappen. Man kann also ein massiveres Haus daraus machen oder man klappt es aus und hat dann zwei Eckfassaden. Ja, also und viele, viele Details. Also das Teil finde ich wirklich ein sehr schönes Set. 1.004 Teile für auch knapp 999. Nein, knapp 100. Also 999. Und ja, zum Spielen, wenn man denn diesen Film mag oder auch diese Welt, ist das, glaube ich, eine schöne Geschichte. So, das war's. Das war meine Tipps sozusagen für den höherpreisigen Bereich. Für den ganz hohen, mache ich, glaube ich, nochmal eine Folge. Und Duplo soll ja auch nochmal folgen. Mal schauen, was ich noch schaffe vor Weihnachten. Ja, ansonsten habe ich was übersehen. Gibt es andere Tipps? Dann gerne in die Kommentare damit. Das war's dann für heute. Bis bald und tschüss.